Du hast noch nicht eingeladen, ok. Soll ich das tun? Ja bitte. Jetzt bist du bei mir online. Spiel einladen. So schon. So. Ich habe noch. Hast du bekommen? Ja ne, es lädt ja gerade ein Story-Modus. Ich nehme das aber sofort an, wenn ich hier angenommen habe. Ich habe mir ja auch mal die Kommentare so nochmal durchgelesen jetzt am Wochenende. Hast du das? Ja, habe ich in der Tat, also von den letzten paar Videos. Und es wurde sich sehr oft gewünscht, dass ich einfach mal andere Videos let's playe. Also äh äh äh. Andere Spiele let's playe und halt mal was anderes und halt mit GTA mache. Und das Ding ist einfach, das wahrscheinlich viele wollen hier irgendwie COD oder sowas sehen, worauf ich halt extrem wenig Bock habe. Einfach weil ich... Ah nein, COD... Das spielt halt wirklich jeder wieder und genauso wie Fallout 4, das Ding ist halt das Spiel kommt raus irgendwie an dem 21. oder was weiß ich, wann das rauskam. Und am 19. spielt halt schon Gronkh und Pete Smith und einfach jeder Arsch dieses Spiel. Und das ist ja klar, dass wenn ich das Spiel dann irgendwie am 22. meinetwegen bekomme, weil Amazon mal wieder so schnell war, dass... das dann keinen mehr juckt. Das will ja dann keiner mehr sehen, wenn der das schon bei drei anderen gesehen hat. Und deswegen... Sonst halt immer so Sachen... Spiele, die gerade neu rauskommen zu let's playen, ist eigentlich nur dumm. Weil solange das jetzt noch bei anderen läuft, da ist es einfach... Das bringt mir nichts. So, ich bin jetzt in einer Sitzung hoffentlich. Ja, bist du. Das ist cool. Ich habe mir irgendwie eingebildet, dass ich mir mal die Autos hier verkauft habe. Aber irgendwie... Ja, irgendwie hast du mal ein paar verkauft. Ja, aber irgendwie... um dein Auto zu finanzieren. Nee, aber irgendwie... Warum habe ich jetzt so viel? Wie viel Geld habe ich überhaupt? Waa? Das sind jetzt... 1.000... 1.000... 1.000... 1.000... 1.000... 1.000... Wo hast denn die her? Hä? Ehrlich gesagt, frage ich mich das gerade auch, weil vor kurzem hatte ich noch gerade so 1.000... 1.000... Oder sind das 180.000? Nee, das sind 1.800.000. Ähm... Ja... Was ist denn eigentlich mit deinem Account passiert hier? Äh... Vom Motten? Ist das noch da, oder? Ja... Ja, ist noch da. Ach... Ich bin... Irgendwie bin ich gerade überfragt. Kann das sein, dass es meinen Account vielleicht irgendwie zurückgesetzt wurde? Nee... Weil ich jetzt 1.800 habe, oder habe ich die von einem Mörder bekommen? Ich muss mir noch mal das letzte Video angucken, weil da bin ich gerade echt ein bisschen... verwirrt. Ähm... Irgendwas ist gerade explodiert. Wir haben aber keinen Mörder drin, ne? Nö... Wir haben gar keinen hier drin. Na komm, lass mal irgendwie... Irgendwas tolles machen. Wir können einfach mal so gegen Bullen... Kämpfen. Haben auch Land nicht mal gemacht. Einfach nur... Wir suchen uns jetzt mal so einen etwas höher gelegten Ort... Wir schanzen uns da und bauen dann einfach mal auf ein paar Bullen, oder? Das wärs doch. Da hätte ich jetzt los. Ähm... Aber vorher gehe ich noch mal ins Ammonation. So. Hm. Läuft das Spiel eigentlich bei dir jetzt auch seit Neuesten irgendwie besser? Oder ist das noch so ein... Naja, ich hab irgendwie... Weniger... Ähm... Diese... Map of... Ähm... Plopper. Also hier, dass es grau ist. Also das ist nicht besser, oder? Ja, irgendwie läuft's flüssiger, ja. Irgendwas hat Rockstar hier gemacht. Oder die... Surfer laufen einfach besser. Kann auch sein. Naja, obwohl ja... Kein Update draußen kam, ne? Ich nenne den Behinderten-Topplot. Sehr gut. Tch. Ach! Ich wollte dir davor uns was erzählen, ne? Ich hab mir jetzt hier einen neuen Laptop rausgesucht, weil mein... Alter, der von 2009, der gibt ja langsam so seinen Geist auf, also... Hm. Der hat ausgesucht. Naja, ausgesucht nicht unbedingt, aber der ist halt echt so... Nicht mal so fit, würde ich mal so sagen. Hm. Ich hab keinen Kampf gewährst, sag mal. Bin ich denn des Wahnsinns? Tch. Ich mein, gut, ich brauch's auch eigentlich nicht, ne? Aber... Er ist verrückt, ja. Munitionen... Okay, für die Sniper brauch ich nicht so viel. Fünf Granaten, ja. Hab ich mir mal gegönnt. Ne, irgendwie hab ich noch genug... Von allem. Außer... Außer von der Leuchtperson da. Leuchtpistole ist... Ober... Wichtig. So... Einen... Brauch ich eigentlich nicht. Schlagring, okay. Toll. Gibt's hier eigentlich mittlerweile nen... Elektroschocker? Schau an die beiden zusammen. Was ein liebiges Mann. Ne... Ne... Warte mal, ich muss mal kurz... Jedoch wurde mal in einem Update gab's noch die Molotow Cocktails dazu, genau. Jedoch kann ich die nicht kaufen. Das Ding ist... Das Ding ist... Wo ich letztens mit diesem Mörder unterwegs war... Also... Wo der halt mir irgendwas gegeben hat... Da hab ich... Was denn? Redest du mit mir? Ne... Ja... Tu ich. Äh... Da hab ich irgendwie... Molotow Cocktails und Schneebälle bekommen... Und halt... Ach! Ich bin dumm. Das war auf meinem anderen... Zweit-Account. Ja. Genau... Also... Was heißt Zweit-Account? Auf meinem Zweit-Charakter halt. Stimmt... Ja... Da war was. Ich könnte auch kurz nen Charakter wechseln. Ne... Wahrscheinlich gibt's die Molotow Cocktails ja durch... Ähm... Durch die Pakete da... Die runterfallen. Diese... Versorgungspakete... Da... Dass du die dadurch schon kriegst. Ja... Das... Das kann natürlich auch sein. So... Wo waren wir jetzt hin? Ähm... Wir können auch mal mit nem Motorrad oder so fahren. Aber nicht jetzt. Mach mal irgendein andermal wieder. Hm. Loll. Und auf einmal bist du einfach wo ganz anders. Naja... Leck... Widerach du... Ne... Es... Es hat bloß grad kurz geleckt. So... Fährst du weiter? Naja... Irgendwann hat er aufgeploppt. Ich fahr schon ne ganze Zeit. Oh shit... Okay... Da lagst du doch. Mann... Ey... Die ganze Zeit nicht, ne? Aber... Habt ihr mal irgendwie geguckt... Ob ihr vielleicht doch mal ins Internet bekommen könntet? Weil ja... Jetzt lagst du nicht mehr. Glaubst du zumindest. Hm. Naja... Jetzt fährst du. Okay... Jetzt lagst du glaube ich wieder. Ja... Du fährst die ganze Zeit gegen irgendwelche... Sachen. Bei mir. Haha... Sehr interessant. Wollte ich auch jetzt. Gegen die Frau. Das hat wirklich stumm. Das... Warum auch immer lagst du halt bei dir so. Aber naja... Willst du eigentlich mal wieder irgendwie... Irgendwelche... Art von Videos... Vielleicht auf deinem Kanal machen? Ja... Ich mein... Das müssen ja keine hier... 15 Minuten Videos sein. Aber so irgendwie... 2-3 Minuten Videos. Naja... Ich denke mal Nacht hat alles begonnen. Weil das Ganze wieder los geht. LOL... Autsch... Nein... Aua... Aua... Achso... Da willst du ja woanders hinziehen? Oder wie war das? Das weiß ich noch nicht. Ich lasse mir alles offen. Ich könnte auch bei meinen Eltern unten drunter wohnen. Später dann. Hä? So... Sag mal wo ist denn nun Franklins Haus, ey? Du bist doch... Was ist denn im Kacken? Wo ist das? Das müsste irgendwo hier hinten... Lass mich mal auf dem Map gucken. So, ich park mein Auto mal ganz kurz hier. Ne... Hier. Da. Ich will mal kurz gucken was hier los ist. Weil hier war... Ach hier ist ne Baustelle. Ja, das wärs doch. Stimmt. Wir suchen ja die ganze Zeit so ein... Aber warte mal. Das ist dumm Mensch, wenn auch du hier parkern. Weil... Da können wir dann flüchten. Ah... Das ist so wie ich machen. Ja... Oder halt auch nicht. Ah ja. Das Ding ist... Mach noch Platz hier oben. Ja genau, fahr mal dort hoch. Hm... Ist das jetzt so cool was wir hier machen? Ich weiß nicht. Ich lasse jetzt einfach mal mein Auto hier so stehen. Natürlich ohne Handbremse festzustellen. Oh... Dann fall da runter. Natürlich. So... Gucken... Wo geht's denn jetzt hier rein? Okay... Hier schon mal nicht. Hier ist der Stacheldrahtzaun. Okay... 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 Noch ein bisschen Musik. Ich frag mich halt... Bist du hier jetzt schon drauf? Ja... Ich bin oben. Okay... Kannst schon mal anfangen zu ballern? Ja... Hm... Okay... Es ist nur die Frage... Ist natürlich jetzt dumm. Ich glaube es wäre besser wenn wir eins weiter runter gehen weil wir dann das Problem mit den Helis nicht hätten. Bin ich auch. Ich bin eins unten drunter. Okay... Also so wie du jetzt gerade. Was ist denn das für eine Scheißpistole? Das ist äh... Pistole? Okay... Scheißteil. Nee... One-Shot. One-Shot, Headshot. Also Headshot. Okay... Ich kann aber keine Headshots. Das weiß ich. Okay... Ich versuche mich jetzt mal... Ja... Hier so ein bisschen... drauf zu konzentrieren. Nee, oder? Nee... 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 Du kommst hier nicht weg! Ey... Ich bin so dumm. Was hast du da gefasst? Ich nehme jetzt meine Abhebistole. Damit... Sag mal... Ich hab schon gedacht den treffe ich nicht mehr. Und ich hab freies... Ich hab... Und ich hab freies Zielen an, ich Idiot. Mit dem Controller. Das ist natürlich nicht so schlau. Nein. Ich bin so dumm, ne? Ich treffe einfach keinen Arsch hier. Phänomenal! Stürp! So, die Autos... Das Ding ist, wenn die von hier hinten kommen, sind wir natürlich auch am Arsch. Von oben? Aber die kommen da eigentlich nicht drüber. Aber die können halt schießen. Ja, das ist dumm. So, bei mir kommen jetzt auf jeden Fall gleich welche. So... Stürp! Ich hab mal dort hinten ne Annäherungsmine hingetan, weil ich will mal gucken, was die so bringt. Ob die geil ist. Du hast die geil! Hey! Hey! Da kommen so ein paar Pipels. Okay. Ich dachte, da ist natürlich kein Musik. Das ist dumm. Ich stelle auch mal hier ne Annäherungsmine hin. Oder werf die halt da hin. Oder werf die halt da hin. Okay, das war dumm. Ja, okay. Hat ja richtig viel gebracht, wenn dort Passanten noch lang kommen. Du kommst hier nicht durch. Helikopter. Wir haben aber ein Dach übern Kopf. Eigentlich dürfte er uns nicht so sehr jucken. Ich zumindest, ja. Okay, aber irgendwie treffen die mich von da hinten noch so. Okay, irgendwie ist diese Waffe scheiße. Oh ja, das ist schön. So gefällt mir das. Nee! Nee! Okay, ich bin irgendwie quasi tot fast. Ich bin tot. Okay, Rudi. Irgendwie war die Aktion ja scheiße. Weil ich mich mit der Kanade selber getötet habe, ja.